Liebe Kolleginnen und Kollegen, Assalamu alaikum wa rahmatullah Ehlen bikum Und jetzt werden wir beginnen mit dem ersten Teil der Ders 2 mit dem Ketab Studio 21 und das ist der Ders der 2 A2 Der Ders ist Familiengeschichten Familien Geschichten يعne قصص Ailie Hier lernen sie über die Familie sprechen يعne sovonatallam an nathaddat an la aila Fotos und Personen beschreiben يعne wosf sovr wach jemanden beglück wenschen jemanden einladen jemanden 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 Jacqueline. Ich heiße Jacqueline Fischer Saalfeld. Das Foto von unserer Familie haben wir letzten Sommer auf Vaters 60. Geburtstag gemacht. Auf dem Foto sitze ich mit meinem Sohn Lukas in der Mitte, hinter meinem Schwager Marco und seinem Hund Rudi. Mein Vater Günther steht oben rechts. Daneben, das ist meine Mutter, Marianne Saalfeld. Ihr Geburtsjahr ist 1959. Sie ist sechs Jahre jünger als mein Vater. Meine Eltern wohnen jetzt in Potsdam. Sie sind sehr stolz auf ihre drei Enkelkinder und freuen sich immer über Besuch. Und die Enkel sind gerne bei Oma und Opa. Mein Bruder Matthias steht hinten in der Mitte neben meiner Mutter. links hinten stehen meine Schwester Carina und ihr Mann Jan Kowalski. Carina ist zwei Jahre jünger als ich. Unten rechts sitzt meine Schwester Tonja mit ihrer Tochter. Hier ist der Name. Hier ist der Name. Hier ist der Name. Ich heiße Jacqueline Fischer Saalfeld. Das Foto von unserer Familie haben wir letzten Sommer auf Vaters 60. Geburtstag gemacht. Das Foto von meiner Frau war in der Mitte. Das Foto war ich mit meinem Sohn Lukas in der Mitte, hinter meinem Schwager Marco und seinem Hund Rudi. Ich bin mit dem Ibn Lukas in der Mitte, hinter meinem Schwager, in der Mitte. Ich bin mit dem ich mit dem In der Mitte, hinter meinem Schwager ist die Schwager-Akht. Also, ich bin der Schwager-Akht. Marco und hinter meinem Schwager-Akht. Mein Vater, Günter, steht oben rechts. Daneben, das ist meine Mutter. Und bei der anderen Seite, meine Mutter, Mariana Saalfeld. Ihr Geburtsjahr ist 1959. Sie ist sechs Jahre jünger als mein Vater. Und sie ist sechs Jahre jünger als mein Vater. Meine Eltern wohnen jetzt in Potsdam. Meine Eltern wohnen jetzt in Potsdam. Sie sind sehr stolz auf ihre Drei-Ankel-Kinder. Und sie freuen sich immer über den Besuch. Und die Ankel sind gerne bei Oma und Opa. Und die Eltern wohnen jetzt in Potsdam. Mein Bruder Matthias steht hinten in der Mitte neben meiner Mutter. Also, der Mann ist Matthias. Der Mann ist in der Mitte, in der Mitte. Und in der Mitte, der Mann ist meine Schwester, Carina und die Mann Jan Kowalski. Carina ist zwei Jahre jünger als ich. Und Carina ist zwei Jahre jünger als ich. Und nach rechts sitzt meine Schwester Tonia mit ihrer Tochter. Und nach rechts, auf der Mitte, auf der Mitte, die Frau Toney mit ihr. Und hier ist die Frau, wo ist sie? Und hier ist die Frau, wo ist sie? Und hier muss man sagen, wo ist die Frau? Oder wo ist die Frau? Also, wo ist die Frau? Also, das ist die Frau, wie im Nuss. Nr. 30 3. Und ihre Familie. Erzählen sie. 4. Ich habe einen Mann, eine Frau, einen Partner, eine Partner. 5. Ich habe ein Kind, zwei Kinder, drei Kinder, drei Kinder. 6. Ich habe eine Tochter. 7. Ich habe zwei Töchter. 8. Ich habe einen Sohn. 9. Ich habe zwei Söhne. 10. Ich habe einen Bruder. 11. Ich habe zwei Brüder. 11. Ich habe zwei Schwestern. 11. Ich lebe bei meinen Eltern. 12. Ich lebe mit meinem Partner. 12. Ich lebe mit meinen Partner. 13. Ich lebe allein. 14. Ich bin Single. 15. Ich bin Single. 15. Ich bin Leidig. 16. Ich bin Leidig. 16. Ich bin Leidig. 16. Ich bin Leidig. 16. Obedienestry. 16. Ich bin Leidig. 16. Ibinische. Ich bin verhärtet. Ich bin geschütz. Ich bin verwitzt. يعني أرمل فطبعا كل واحد يستطيع أن يتكلم عن نفسه على نفس النهج والآن صفحة 32 زائطة نr. 32 meine verwanten meine verwanten يعني أقاربي Familienwörter wiederholen يعني سوف نكرر الكلمات المتعلقة بالعائلة againsten sie di fehlenden verta يعني هنا نكمل الكلمات الناقصة أول كلمة هنا mein Vater يعني من هو من أفراد العائلة زائد mein Vater والدي gleich يعني يساوي meine Eltern يعني الوالدين وطبعا الوم يعني Mutter meine Mutter plus mein Vater gleich meine Eltern meine Mutter plus ماذا يساوي meine ماذا meine تخت plus mein son gleich meine Kinder يعني ابنتي زائد ابني يساوي أبنائي أو أولادي أو أطفالي meine meine schwiegermutter plus يساوي يسمى شwiegermutter ووالد زوجتي يسمى شwiegermutter وحنا نصيحة للتعليم كوزا إبن العم ولا نقول كوزين نقول كوزا وهنا لنأتي إلى القاعدة الأولى في هذا الدرس اس أم نومن يعني حرف الاس في نهاية الاسم wer gehört zu ويم فراجن وانتبورن سي فهنا يعني wer gehört zu ويم يعني من تابع لمن فراجن وانتبورن سي يعني اس الوجاوب فهدي القاعدة لها علاقة بالجنتيف وهو المضاف إليه الجنتيف فالجملة الأولى هل هذه ابنة طونيا فكيف ممكن أن نحول هذه الجملة إلى جملة بالجنتيف المضاف إليه نحول هذه الجملة هكذا ist das Tonias Tukhta? ist das Tonias Tukhta? Fadfنا الى اسم Tonia حرف S فاصبحت الجملة هل هذه ابنة Tonia? ist das Tonias Tukhta? فالجواب ja das ist Tonias Tukhta يعني حذفنا Fon واضفنا حرف S على الاسم فاصبحت الجملة genetiv الجملة الثانية ist das der Hund von Marco? هل هذا الكلب من Marco? فنحولها الى genetiv تصبح هكذا ist das Markos Hund? ist das Markos Hund? هل هذا كلب Marko? فنقول مثلا ja das ist Markos Hund أو nein das ist nicht Markos Hund ثلاث sind das Sind das GönTAS und Marianes Kinder? sind das GönTAS und Marianes Kinder? هنا هل هذه الجملة موضوع باللجينتيب فالجواب Ja, das sind Günthers und Marianne's Kinder. Au, nein, das sind nicht Günthers und Marianne's Kinder. Ist das die Frau von Marco? Hälher die Zäugert Marco. Bilgen die Tiefdusbeh. Ist das Marcos Frau? Ist das Marcos Frau? Hälher die Zäugert Marco? Ja, das ist Marcos Frau. Naam, هذه Zäugert Marco. Au, nein, das ist nicht Marcos Frau. Yani, هذه leistet Zäugert Marco. Rekam 5. Ist das der Schwieger Sohn von Günther? Ist das der Schwieger Sohn von Günther? Jani, hälher die Zäugert Günther? Fak, Bilgen die Tiefdusbehal Jumla. Ist das Günthers? Schwieger Sohn? Ist das Günthers Schwieger Sohn? Fahljauwab Ja, das ist Günthers Schwieger Sohn. Au, nein, das ist nicht Günthers Schwieger Sohn. Fahljauwab Ja, das ist Grubel. Hier ist das Schwieger Sohn. Fahljauwab Ja, das ist Grubel. und Antworten Sie also wir sprechen an der Karte und die Karte und Karte Das ist wie wir haben vor kurz und die Karte für die Wie ist das? Wer ist das? Wer ist das? Daneben. Au vorne. Da hinten. Rechts. Links. In der Mitte. Hier. Das ist. Das sind. Das sind. Meine und Großeltern. Unsere und Großeltern. Sie sind die Mutter und die Mutter. Meine Großeltern. Unsere Großeltern. Unsere Großeltern. Und so. Wir müssen uns diese klamen. Wie Sie sehen hier. Wir benutzen meine und meine. Wir nehmen. Wir nehmen. Ich habe vor allem. Hier sind die Minnie-Eывать. Die Sophie-Eывать. Hier zu systemen. Hier. 4. وهو المجرور صبح 30 في النص فإن شاء الله في الدرس القادم سوف أشرح لكم هذه القاعدة كيف تصبح ضمائر الملكية في الداتيف المجرور نكتفي بهذا القدر في هذا الدرس نراكم إن شاء الله في الدرس القادم شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله شكرا لكم